Heute bei Promi Big Brother. All you need is Zoff. Lagerkoller statt Pizzaroller. Zehn Minuten Gaumen schmausen, dafür schläfst du die ganze Nacht auf dem Boden. Ne. So ein leckeres Pizzastück. Die Haferflocken, die stehen mir hier. Ich schlafe nicht auf dem Süffboden. Das ist ja nur ein Tag. Ich kann nicht auf dem Boden liegen. Nein, oh mein Gott, ich würde niemals meine Matratze hergeben. Mein Bett bleibt hier. Es ist wirklich die Hunger Games hier. Paulina im Abseits. Ist eigentlich alles in Ordnung? Was denn? Ich bin traurig und enttäuscht. Es ist Schmierentheater. Die Manu ist schon so ein Bäumchen wechseldich Mensch. Deswegen war ich auch so, warum redet sie jetzt nicht mit mir? Die Lara und ihre Großfamilie. Mein Opa hat fünf Frauen. Fünf Frauen? Ja. Oh Gott, jetzt bin ich ja überfordert. Wie viele Geschwister hat dein Papa? Boah, schon 50 Geschwister. Wie geht das? Wie funktioniert das? Mein Opa war eine Maschine. Wie geht das? Wie geht das? Untertitelung des ZDF, 2020